Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play The Left of Us. Gott sei Dank in der letzten Folge haben wir ja wieder die Jungs da auseinandergenommen. Na gut, ich guck mich hier gerade noch mal um, ob hier irgendwie noch was brauchbares ist. Ich bin froh, ich hoffe, also nein, ich bin nicht froh, ich hoffe natürlich, dass hier jetzt endlich diese Feindesbegegnung endlich vorbei ist, aber ich verbote, dass wir längst noch nicht durch sind. Aha. Mach! Ach! Ach. 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 Kuck mal. Ach. 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 So, langsam zu. Wer weiß, was hier noch so rumläuft. Oh. Moment. Eine Rauchbombe. Oxidierte Zucker erzeugt eine Rauchwahl, die sich der, äh, die die Vergütung verbirgt. Er zündet sich mit einer Entschützung der Explosion, die jeden gegen Explosionsradius betäuft. Jeden können wir auch nicht sehen, dass sie nicht erkennen können. Okay. Ähm, nutze das, wenn du unterlegen bist, oder ich würde mir in einer Gruppe verhindern, während sie betäuft sind. Na gut. So, jetzt ruf ich mir das weiter ein bisschen an hier. Moment, ich suche, ich brauche nur das Zeug. Und jetzt gucke ich mal, was die junge Dame da so verbergen hat. Ja. Wir haben, glaube ich, eine neue Gefahr. Die klauen sich die Kleidung. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht alleine sind. Woher wusstest du? Was denn? Was mit dem Überfall? Ich kenne beide Seiten. Oh. Hm. 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 Was war ich da rausgeguckt? Ich bin hier nochmal. Ah, was sage ich? Manchmal ist das gar nicht mal so schlecht, sich ein bisschen genauer umzugucken. So, Medicaid, wunderbar. Medicaid ist ja das 33% stärker. Sehr schön. So. Manchmal die Zone. Ah. Sehr schön. Moment, ich habe mal gehört. Ich gucke mal gerade was. Hm. Ich spare mir die Kohle lieber. Ja, und zwar ganz schnell. Ich weiß nämlich nicht, wie gesagt, was uns hier daraus erwartet. Okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Hey, Ellie. Langsam. Warte auf mich. Was? Ich bin hier. Wie wäre es, wenn ich vorgehe? Ganz laut. Okay. 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 Ja, super, toll. Vor allem jetzt. Oh, Ellie, halt die Backen. Das ist gerade jetzt so das Schlechteste, was du machen kannst. Ich brauche mal ein Messer, für die Fall, dass Klicker irgendwie rumlaufen. Für den Fall, dass irgendwelche Klicker rumlaufen. Momentan deutet irgendwie gerade so ein bisschen zu wenig auf Feindpräsenz hin. Also, das ist aber ziemlich trügerisch. So, was kann man hier noch machen? So, halt einen Molotow-Cocktail bauen. Kannst du einmal bitte aufhören, jetzt mal ernsthaft? Warte mal. Genau, ich gucke mich mal in dem Bus überhaupt noch rum. Ich hoffe nicht, dass der... Scheinbar aber ist... Äh... Nichts weiter... Ent... Ich weiß nicht, was hier los war. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir so schnell wie möglich hier raus sollten. Okay, die Flaschen sind mal voll. Die brauchen mal nett. Ja, aber ich weiß auch einer der Gründe, warum ich hier im Schleichboden rumbringe... Scheiße. Genau das meinte ich. Ja, super. Das Minimum drei Leute. Die Flaschen sind jetzt ganz alleine. Sie sind beim Highway unterwegs. Würde mich nicht wundern, wenn Sie eindringen wem Thrones denn. Das heißt, keine Hund would. Weil jetzt wird so. Vielleicht können wir das Gründe und denn wir warten. Hier gibt es nichts. Das sind auf jeden Fall nur drei Leute. Also vielleicht, das heißt nur. Nur weg. Wenn der eine da hinten sich mal bitte ein bisschen nicht... Na, der begibt sich genau meine Richtung. Na gut, das kann ich nicht machen. Ich kann hier nicht alle drei angreifen gleichzeitig. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Ja, du hast was gesagt. Was hast du? Ja, ich warte. Ich habe mich jetzt bewusst mal ausgehalten. Ich hätte auch eingreifen können, aber worum angreifen? Ich habe ein Buch... Warte mal. Ein bisschen krass, ne? Versteht ihr jetzt, warum ich die ganze Zeit im Sales-Modus rumrenne, im Schleichmodus rumrenne? Scheiße. Oh, doch. Schleich mich mal jetzt gerade nicht an. Jetzt sind wieder 3. So, 2 nur noch. Der eine kommt schön auf uns zu, das ist das Gute. Sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen auf die sichere Art und Weise mache. So. 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 es ist ein Minimum 2 ich weiß wo der ist ich weiß wo der ist ich weiß wo der ist nicht Nicht mehr lange. Die macht mehr Geräusche als mir das lieb ist gerade. Scheiße. Halt die Fresse. Den habe ich schon gesehen. Was war das denn? 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 Da sind noch mehr, ne? Und wenn wir zu dieser Lage rauskommen, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Und... Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn?